Hallo, ich bin Uwe Gries, Countrymanager für StormShield. Wenn wir heute mit einem Sicherheitsvorfall konfrontiert werden, fragen wir uns immer, ob wir schnell genug reagieren können. Seien wir ehrlich, wenn ein Sicherheitsvorfall eintritt, ist der Druck immens. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um die Ereignisse zu analysieren und den Ursprung zurückzuverfolgen. Die betroffenen Endpunkte müssen identifiziert und es muss entschieden werden, welche Reaktion zu implementieren ist. Ziel ist es, die Verbreitung der Schadsoftware zu verhindern und die Auswirkungen auf das Unternehmen zu begrenzen. Die Cyber-Tools, die heute für diese Art von Bedrohung eingesetzt werden, sind in der Regel gut in der Lage, Warnsignale zu erkennen, Ereignisse zu korrelieren und bei Vorfällen Alarm zu schlagen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind in der Regel sachdienlich und für den Analysten eine große Hilfe, müssen aber noch geprüft und verifiziert werden, bevor sie ausgeführt werden können. Abhilfemaßnahmen können den Normalzustand wiederherstellen, schließen aber nicht unbedingt die Sicherheitslücke. Jedes Unternehmen verfügt über verschiedene Cyber-Sicherheitslösungen und kann dennoch Opfer von Cyber-Angriffen werden. Wir sind überzeugt davon, dass die Stormstreet Endpoint Security Evolution die Antwort auf die heutigen sehr hochentwickelten Bedrohungen ist. Mit unseren innovativen Erkennungsfunktionen können Unternehmen den Wettlauf mit der Zeit gewinnen, indem sie die kritischsten Bedrohungen in Echtzeit abwehren. Diese Funktionen basieren auf einer signaturlosen Technologie, die die Angriffstechnik erkennt, mit denen Angreifer Schwachstellen auf Endgeräten ausnutzen. Die Erkennung erfolgt direkt am Agenten, sodass immer ein höchstes Schutzniveau gewährleistet ist, völlig unabhängig davon, ob eine Verbindung ins Internet besteht. Mit der Stormstreet Endpoint Security Evolution können Sie die Netzwerkverbindungen filtern, Arbeitsstationen bereinigen und isolieren. Des Weiteren können Sie auch die richtigen Amagenten anpassen, Direktionen aktualisieren und den heutigen Bedrohungen sicher begegnen. Sie können proaktiv vorgehen, indem Sie auf der Grundlage der von Stormstreet Endpoint Security Evolution vorgeschlagenen Maßnahmen präventive Maßnahmen durchführen, um sicherzustellen, dass von anderen Arbeitsstationen keine Gefahr ausgeht. Unsere Lösung unterstützt Unternehmen mit einem ausgefeilten Incident Management. Stormstreet Endpoint Security Evolution ist eine mehrschichtige Ideallösung, die Unternehmen umfassend schützt. Sie gibt Ihnen die Gewissheit, dass die Sicherheit Ihrer Workstations und Server jederzeit gewährleistet ist. Die Lösung ist für Endbenutzer völlig transparent und kann entweder On-Premise oder im Security-as-a-Service-Modus direkt von unserem Rechenzentrum aus installiert werden. Aufstellen auf den Weg, die Unternehmen aus dem Weg, die Unternehmen aus dem Weg, den sich Sie aus層 sól zustellen, mit einem einem Weg die Unternehmen in einer Lage stehenden Zukunft kommt.